Jeder kennt Gazprom, viele kennen wahrscheinlich auch Look Oil oder Rosneft. Es gibt aber einen Ölkonzern aus Russland, der hat heimlich still und leise 40 Milliarden Dollar Cash angesammelt auf seinem Konto. Das ist das Doppelte vom Börsenwert. Und gleichzeitig ranken sich um diesen Ölkonzern aber auch dunkle Verschwörungstheorien. Sogar, dass er möglicherweise direkt von Wladimir Putin kontrolliert wird. Und um diese Aktie geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich Willkommen. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Ostertag gehabt, gestern trotz aller Einschränkungen. Und wer gestern keine Ostereier gesucht hat, der hat wahrscheinlich nach billigen Ölaktien gesucht. Das neue Hobby des deutschen Anlegers. Alle sind im Ölaktienfieber. Ich habe dazu ja auch ein paar Videos gemacht. Aber eine Ölaktie habe ich eben noch gar nicht erwähnt, obwohl ich dazu schon lang meinen Beitrag machen wollte. Das ist die Aktie von Surgut Neftegas. Und jetzt nutze ich aber mal die Gelegenheit. Es bietet sich ja an, weil der ganze Ölsektor natürlich gerade sehr spannend ist. Ich habe letztes Mal für heute eigentlich einen Beitrag angekündigt zu Luckin Coffee. Luckin Coffee, die chinesische Kaffee-Kette. China, Starbucks hat man immer so schön gesagt. Da ist jetzt der Kurs massiv eingebrochen, weil Umsatzdaten manipuliert worden sind. Und ich habe mir das Ganze jetzt aber mal angeschaut im Detail. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt das eigentlich keinen Beitrag mehr her. Also es ist eine hässliche Geschichte, aber es ist leider eben auch ein bisschen müßig, sich da jetzt allzu viele Gedanken zu machen und das jetzt alles zu analysieren und so. Ich werde am Ende von dem Video hier noch ein paar Takte sagen zu Luckin Coffee. Aber ich glaube nicht, dass man diese ganze Geschichte jetzt en detail hier durchgehen muss. Dann lieber eine substanzstarke Ölaktie nochmal, die auch von Legenden umrangt ist, so wie Surgut Neftegas. Vorher noch ein ganz kleines Update zum Ölpreis. Ölpreis ist ja nach dem Verfall jetzt in den letzten Wochen wieder stark gestiegen und am Donnerstag haben sich auch die OPEC und Russland jetzt doch noch darauf geeinigt, dass sie die Produktion drosseln. Und zwar um 10 Millionen Barrel pro Tag. Das ist viel. Es ist vielleicht kurzfristig immer noch zu wenig, um diesen Angebotsüberhang auszugleichen, den wir momentan haben. Aber grundsätzlich ist es schon eine sehr, sehr starke Verknappung. Das Ganze ist aber in gewisser Weise auch eine Kapitulation. Gerade von der russischen Seite. Also Sie erinnern sich ja, Russland wollte eigentlich die Produktion nicht drosseln. Aber dann ist der Ölpreis eben so stark gefallen, dass Russland jetzt doch mitmacht. Vor ein paar Wochen ist Russland in der Hinsicht noch ganz anders aufgetreten. Aber, und das habe ich ja auch gesagt und vermutet in den letzten Videos, auf Dauer war dieser niedrige Ölpreis eben auch für Russland zu niedrig. Und jetzt hat Russland sogar sehr schnell kapituliert. Es ist überhaupt momentan ja eine Zeit der totalen Kapitulationen, wenn man so will. Also die Regierungen kapitulieren vor der Corona-Krise. Was sollen sie machen? Die ganzen Sparziele, die wir gehabt haben, alles Makulatur jetzt mittlerweile. Die Notenbanken kapitulieren, die kapitulieren darin, dass sie die Geldpolitik irgendwann mal wieder normalisieren könnten würden. Gleichzeitig haben wir aber am Aktienmarkt eine Kapitulation der Bären und der Pessimisten. Wir haben eine starke Erholungsrallye, die kaum noch zu bremsen ist eigentlich. Jetzt sagen zwar viele, dass das nicht ewig so weitergehen wird, aber warten wir es mal ab. Also vielleicht haben wir ja beim Dow Jones Index in ein paar Wochen wieder neue Rekordstände. Und das in einer Zeit, in der die Hälfte der amerikanischen Wirtschaft dicht gemacht worden ist. Nicht, dass ich es jetzt glauben würde, aber damit wäre dann der Gipfel der Absurdität endlich erreicht. Und ich halte es nicht für völlig abwegig. Gut, aber wie gesagt, Russland hat eben auch kapituliert in dem Preiskampf gegen die amerikanische Fracking-Industrie. Und Russland hat eben schon sehr früh kapituliert. Aber für den Ölsektor ist es natürlich erstmal gut, diese ganze Entwicklung. Gerade eben auch für den russischen Ölsektor. Und darum reden wir heute über so guten Neftegas. Aber, ich habe es ja schon angekündigt, wenn Sie wollen, dann kriegen Sie von uns auch einen gratis Überblick über den gesamten russischen Öl- und Energiesektor. Mit Gazprom, mit Look Oil, Rosneft und so weiter. Nämlich morgen in unserem nächsten Zukunfts-Märkte-Report. Die Zukunfts-Märkte-Reports sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, so guten Neftegas. Was ist so interessant an der Aktie? So guten Neftegas ist der viertgrößte Öl- und Gasproduzent in Russland. Es ist aber ein Konzern, von dem man wirklich nicht viel hört. Also es gibt keine großen Übernahmen oder Visionen oder Skandale oder sonst was. Die produzieren einfach seit Jahr und Tag in Sibirien ihr Öl. Der Chef ist auch schon seit 30 Jahren der gleiche. Wladimir Bogdanoff ist es jemand, der als sehr kremlnah gilt. Und der Gewinn, den die Firma erzielt, der kommt zum größten Teil auf Dollarkonten. Und das auch schon seit vielen Jahren. Und da hat sich inzwischen einiges angesammelt. Also so gut Neftegas ist an der Börse momentan ungefähr 21 Milliarden Dollar wert. Aber wenn man sich die letzte Bilanz anschaut vom Q4, dann sieht man da ein Eigenkapital. Das liegt bei 58,5 Milliarden Dollar. Also Vermögen abzüglich Schulden sind fast 60 Milliarden Dollar. Und davon sind ungefähr 40 Milliarden Dollar Cash und liegen größtenteils auf Dollarkonten. Also nix Rubel oder sowas, sondern harte Dollar. So gut, Neftegas ist damit natürlich immer noch ein Ölkonzern. Aber wenn man es genau nimmt, ist es, wenn man so will, eigentlich eher ein börsennotiertes Dollarkonto. Und man zahlt an der Börse auch momentan fast nur die Hälfte von dem, was auf diesem Dollarkonto drauf ist. Und dazu haben wir dann noch das operative Geschäft. Gratis dazu sozusagen. Operative Cashflow war 2018 bei 3,3 Milliarden Dollar. 2019 bei 4,2 Milliarden Dollar. Also man zahlt auch auf den operativen Cashflow nur ungefähr das 5- bis 6-fache, der Cashflow, der normalerweise da anfällt. Und obendrauf kriegt man eben noch diese Barmittel, die doppelt so hoch sind wie der Börsenwert. Kann man eigentlich kaum noch ignorieren. Trotzdem, die Anleger haben mit der Aktie ein Problem. Auch die russischen Anleger im Übrigen. Das Problem ist die Transparenz. Bei den meisten russischen Konzernen kann man ja auch sagen, wem die gehören. Also Gazprom zum Beispiel gehört zu 51% im Staat. Das kann man in Rechnung stellen. Bei Surgut Neftegas kann man sowas nicht sagen. Es gibt da viele kleine Gesellschaften, die man eben nicht wirklich kennt. Und keine von denen hat mehr als 5% der Anteile. Und das heißt, dass keine von denen offenlegen muss, wer hinter ihr steht. Da könnte man jetzt sagen, naja gut, das meiste ist eben Streubesitz. Aber viele glauben eben, dass hinter diesen ganzen kleinen Gesellschaften jemand großer steht, der nicht erkannt werden will. Und es hält sich auch in Russland hartnäckig das Gerücht, dass diese große Partei Wladimir Putin höchstselbst sein könnte. Das ist sowieso ein großes Thema seit vielen Jahren. Also wie reich ist eigentlich Wladimir Putin? Ja, als Präsident verdient er jetzt auch nicht viel mehr als Angela Merkel. Aber viele vermuten eben doch, dass er in seiner Amtszeit sich jetzt schon ein riesiges Vermögen zusammengerafft haben könnte. Und natürlich über Strommänner. Also dass er an Baufirmen beteiligt ist, die Großaufträge kriegen, das wird immer wieder unterstellt. Oder an Exportfirmen, die Exportmonopole haben. Und dass er auch ein paar Anteile an Gazprom hat. Aber im Zentrum von diesen ganzen Spekulationen, da steht fast immer Surgut Neftegas. Also das ist angeblich sein ganz großes Investment, seine Altersvorsorge sozusagen. Das ist nicht bewiesen, meines Wissens. Das sind Behauptungen erstmal von Putin-Gegnern. Wahrscheinlich lässt sich es aber auch nicht wirklich beweisen. Gibt es Hinweise darauf, dass es so ist? Und auch da kann man jetzt nur vage argumentieren. Also die Intransparenz, die ich geschildert habe, die könnte ein Hinweis sein. Und möglicherweise eben auch die Tatsache, dass man von Surgut Neftegas eben so wenig hört. Also es gibt nie Ärger mit dem Staat. Alles läuft immer ganz glatt. Es wird viel Geld verdient. Und das ist zumindest mal ein Indiz dafür, dass der Konzern wirklich gut vernetzt ist. Und dass er zum Kreml offensichtlich gute Beziehungen hat. Also das kann man glaube ich sagen. Die Börse mag das alles nicht besonders. Aber wenn man jetzt zynisch ist als Anleger, dann könnte man natürlich schon auch sagen, Wenn ich im gleichen Boot sitze als Aktionär wie der russische Präsident, dann ist das wahrscheinlich gar kein Fehler. Weil dann läuft es wahrscheinlich auch in Zukunft relativ gut für Surgut Neftegas. Wladimir Putin ist ja nicht dumm. Und darum wird er sicherlich auch nichts machen, was seinem eigenen Unternehmen schadet. Also jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen. Also wenn wir davon ausgehen, dass er wirklich dahinter steckt. Wie geht die Börse um mit so einem Unternehmen? Das hier ist der Chart auf 5 Jahre in Euro. Die ADRs auf die Vorzugsaktie. Die Börse geht mit Surgut Neftegas eher distanziert um. Und versucht die Aktie mehr oder weniger so zu behandeln wie eine normale Ölaktie. Was sie natürlich nicht ist. Also das heißt schwache Kursentwicklung zum Beispiel 2015. Als der Ölpreis runtergegangen ist. Als auch immer mehr Sanktionen gekommen sind aus dem Westen. Dann haben wir von 2016 bis 2018 eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Dann haben wir einen Kursanstieg 2019. Auch der ist eine Anomalie eigentlich. In der Zeit kommt kurz die Fantasie auf, dass Surgut Neftegas vielleicht die Dividenden deutlich steigert. Oder mit dem Geld irgendwas macht, das auf dem Konto ist. Also bei anderen Ölfirmen einsteigen könnte. Das Thema ist auch noch nicht vom Tisch meines Wissens. Und jetzt seit Anfang 2020 natürlich wieder ein Kursrückgang. Unter anderem wegen dem gefallenen Ölpreis. Wie sieht es mit Dividenden aus? Man sollte ja meinen, ein Konzern, der so viel Cash hat wie Surgut Neftegas, der schüttet auch großzügig aus. Stimmt aber nur zum Teil. Das sind die Dividenden je Vorzugsaktie in Rubel. Da sehen wir als erstes, die schwanken stark. Surgut Neftegas ist schon mal kein konstanter Dividendenzahler, sondern die Ausschüttung ist abhängig vom jeweiligen Jahresgewinn. Was noch interessanter ist, der Gewinn und die Dividenden, die haben anscheinend mit dem Ölpreis nicht viel zu tun. 2014, 2015 ist der Ölpreis stark gefallen, die Dividende war aber sehr hoch. Dann haben wir 2016, 2017 umgekehrt eine Ölpreiserholung. Aber die Dividende ist plötzlich sehr mickrig. Und 2018 haben wir dann wieder ein schlechtes Ölpreisjahr und die Dividende hat sich aber im Vergleich zum Vorjahr sogar verfünffacht. Das wirkt ja erstmal merkwürdig. Und das Rätsel ist eine Lösung, dass der Gewinn bei Surgut Neftegas eben mit dem Ölpreis gar nicht mehr besonders viel zu tun hat. Also der ist für das operative Geschäft natürlich nach wie vor sehr wichtig. Aber was mittlerweile eben viel wichtiger ist, das ist, wie entwickelt sich jedes Jahr der Wert von diesen Dollar-Guthaben. Und in der Tendenz ist es natürlich so, wenn der Rubel schwach war, dann ist das Dollar-Guthaben mehr wert geworden. Und wenn der Rubel stark war, ist der Wert von dem Dollar-Guthaben gefallen. Der Rubel wiederum, der hängt aber natürlich auch wieder stark am Ölpreis. Und das heißt, wir haben dadurch relativ oft die Situation, dass in einem Jahr, das für die russische Ölindustrie schlecht war und in dem auch der Rubel fällt, dann der Gewinn von Surgut Neftegas steigt. Und umgekehrt. Das wirkt sich dann auf die Dividende eben aus. Und das macht sehr viel aus. Also wenn die Dividende so hoch ist wie 2018 zum Beispiel, dann hätten wir eine Dividendenrendite auf einen aktuellen Kurs von über 20%. Aber wenn sie so niedrig ist wie 2017, dann sind sie unter 4%. Also macht sehr viel aus. Wir können aus diesem Mechanismus mit dem Rubel und dem Dollar aber schließen, dass es für 2019 wahrscheinlich eher wieder eine niedrige Dividende geben wird. Aber spätestens für dieses Jahr ist sie vermutlich wieder sehr hoch. Zumindest wenn es so weiter geht wie bis jetzt. Also niedriger Ölpreis und fallender Rubel. Wir haben also hier eine russische Aktie, eine russische Ölaktie, die davon profitiert, wenn der Rubel fällt. Aber ist das jetzt schon ein Investment Case? Also ist das jetzt schon ein guter Grund, dass man sich Aktien kauft von so einem, ja, obskuren Unternehmen? Also eins ist ja schon mal klar. Surgut Neftegas ist kein Witwen- und Waisenpapier und es ist mit Sicherheit auch kein Öl-Basis-Investment oder sowas. Es ist eine spekulative Aktie. Aber ich würde trotzdem sagen, so wie die Dinge liegen, also durch die Profitabilität, die wir durchgehend haben, durch die Substanz, die wir da haben, die Nähe zum Kreml und die Tatsache, dass eben Dividende und Gewinn steigen, wenn der Rubel fällt, dadurch hat Surgut Neftegas gewisse Qualitäten, defensive Qualitäten. Und ich glaube auch, dass diese 40 Milliarden Dollar Cash jetzt schon langsam ein Argument werden nach dem Kursrückgang, den wir gehabt haben. Also es hat den Kursrückgang jetzt nicht verhindert, aber langsam ist möglicherweise wirklich ein Punkt erreicht, wo man das eben doch nicht mehr ignorieren kann. Und insofern, ja, also wenn man sich russische Aktien vorstellen kann, überhaupt mal, wenn man sich russische Ölaktien auch vorstellen kann und wenn man weiß, was man vor sich hat mit Surgut Neftegas, wenn man damit auch leben kann, dann finde ich es nicht völlig abwegig, dass man da auch mal ein paar Aktien beimischt im Depot, dass man sich da vielleicht ein paar kauft. Gut, die Zeit schreitet voran. Ich wollte ja auch noch ein paar Takte sagen zu Luckin Coffee. Luckin Coffee, ich habe dazu auch ein Video gemacht, das war im August letztes Jahr und ich habe mich danach immer wieder mal ein bisschen geärgert, dass ich mich zu Luckin Coffee so zurückhaltend geäußert habe damals, weil es war ja in den Monaten danach eine der China-Aktien, die sich wirklich stark überdurchschnittlich entwickelt haben, wegen dem starken Umsatzwachstum, das da auch immer wieder gemeldet worden ist. Das ist der Chart seit dem Börsengang. Von August bis Januar hat sich die Aktie mehr als verdoppelt, also nach meinem Video. Danach ist sie dann, also jetzt in den letzten Tagen, ist sie dann natürlich eingebrochen um mehr als 80%. Dass Luckin Coffee jetzt die Bücher frisiert hat, das habe ich damals natürlich auch nicht gewusst und auch nicht geahnt. Luckin Coffee hat jetzt also zugegeben, dass zwischen dem zweiten und vierten Quartal 2,2 Milliarden RMB an Umsatz fingiert waren. Das ist wirklich übel, das ist schon fast nicht zu glauben, weil wir haben in den ersten drei Quartalen auch nur einen Umsatz gehabt von 2,9 Milliarden RMB und da bleibt dann ja im Grunde fast nichts mehr übrig. Und das ist eigentlich für mich auch kaum vorstellbar. Aber was immer jetzt da am Ende rauskommt, also vielleicht ist es ja am Ende gar nicht so schlimm, die ganze Geschichte, oder vielleicht kommt jetzt auch jemand auf dem niedrigen Kursniveau, der Luckin Coffee kauft und dann rettet. Also man weiß das natürlich alles nicht, aber eins wissen wir definitiv, irgendwas läuft da gerade ganz gewaltig schief bei Luckin Coffee und darum ist die Aktie meiner Meinung nach extrem riskant und ich würde im Moment wirklich nicht empfehlen, dass man da auf eine Rettung setzt oder sonst was. Es gibt viele chinesische Gastronomie-Ketten, die börsennotiert sind, die auch profitabel waren in den letzten Jahren und die auch niedrig bewertet sind momentan wegen der Corona-Viren-Krise. Also da braucht man nicht sich jetzt Aktien von Luckin Coffee kaufen, wo man ja eigentlich im Grunde gar nicht sagen kann, wie das überhaupt ausgeht. Wer sich mit dem Thema mehr beschäftigen will, es gibt ein ausführliches Video zu Luckin Coffee von meinem Kollegen Armin Brack. Und Armin Brack, der stellt das auch in Zusammenhang mit der Frage, wie glaubwürdig sind denn die chinesischen Unternehmen insgesamt. Und der Armin ist natürlich wie immer sehr gut informiert, es lohnt sich also absolut, sich dieses Video mal anzusehen. Was mir an der Stelle nur wichtig ist, dass nicht der Eindruck entsteht jetzt, dass man als Aktionär bei chinesischen Firmen dauernd über den Tisch gezogen werden würde. Das arbeitet der Armin dann ja auch heraus. Aber man muss jetzt auch wirklich mal unterscheiden, zum Beispiel zwischen diesen ganzen Witz-Listings von chinesischen Unternehmen, die wir gehabt haben an der deutschen Brasse. Das war komplett unausgegoren. Mir ist auch gar nicht klar, wie man sowas machen konnte und zulassen konnte. Oder auch natürlich die Reverse Merger in den USA, die berühmten und so weiter. Also ich meine, aber die ganz normalen chinesischen Unternehmen, von denen wir hier Aktien kaufen können, das sind in Hongkong gelistete China-Unternehmen. Das sind unzählige Unternehmen und die sind dort strengen Regularien unterworfen. Oder aber sie haben im Idealfall einen regulären Börsengang in den USA hinter sich und auch da sind die Kriterien relativ streng. Es gibt immer schwarze Schafe, das hilft alles nichts. Die gibt es aber leider auch nicht nur in China. Die gibt es genauso gut natürlich auch bei uns. Und das ist auch keine Frage, dass wir da jetzt große Mentalitätsunterschiede hätten. Also die vermeintliche asiatische Mentalität, dass man lieber mal betrügt, bevor man sein Gesicht verliert. Also solche Geschichten, das ist schon sehr weit hergeholt. Und auch wenn es viele nicht glauben sollten, aber Bilanzbetrug ist auch in China und in Hongkong eine Straftat. Und es wird auch bestraft, entgegen anderslautender Gerüchte. Ich hoffe sowieso, dass sie sowas nicht abschreckt grundsätzlich von Schwellenländern-Investments. Jetzt haben wir heute natürlich über so Firmen gesprochen, wie Willakin Coffee und so mit Neftegas, die ja natürlich schon auch ein bisschen obskur sind. Da könnte jetzt der Eindruck entstehen, in den Emerging Markets gibt es nur solche Aktien, aber das stimmt selbstverständlich nicht. Und auch so mit Neftegas ist jetzt natürlich keine typische russische Aktie. Ich bin bei russischen Aktien auch relativ vorsichtig und zurückhaltend, aber wegen der politischen Risiken und wegen der Sanktionsrisiken und nicht, weil ich glauben würde, dass die ganzen russischen Unternehmen jetzt alle potenziell unseriös wären. Also es gibt in Russland sehr viele börsennotierte Unternehmen, eben gerade auch mittelgroße, privat geführte Gesellschaften, die machen einen hervorragenden Eindruck inzwischen, auch was die Aktionärsfreundlichkeit betrifft. Da sind meiner Meinung nach wirklich große Fortschritte gemacht worden. Das hat man bei uns hier teilweise nur noch nicht bemerkt. Und darum hoffe ich, Sie bleiben den Emerging Markets treu, schauen sich auch in Zukunft weiterhin meine Zukunftsmärkte-Videos an. Und ganz besonders freue ich mich natürlich immer, wenn Sie den Kanal abonnieren. Und wenn Sie das tun, ist es hilfreich dabei, auch gleich die Glocke zu drücken. Die Glocke ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos von mir da sind. Das kriegen Sie dann auch automatisch mit, wenn dann das jeweils neueste Video rausgekommen ist. Ich glaube schon, die Emerging Markets sind inzwischen zu groß, zu bedeutsam, zu wichtig, als dass man sie ausklammern sollte, gerade eben auch als Anleger nicht. Und ich freue mich natürlich über jeden, der in die Richtung interessiert ist weiterhin und der gegenüber diesen Märkten auch aufgeschlossen ist. Dann schon mal vielen Dank Ihnen. Vergessen Sie nicht, holen Sie sich noch den Zukunftsmärkte-Report rechtzeitig mit den russischen Ölaktien. Und wir sehen uns hier wieder nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Und wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen.